Wir sind in der Ostsee-Radler-Pension angekommen. Heute ist Eröffnungstag. Olaf Schöpe, du hast das, darf ich du sagen? Du hast das kreiert, eröffnet. Erstmal zufrieden mit dem heutigen Tag? Ja, wenn wir dann noch ein bisschen mehr Frühling kriegen würden, was ja nun hoffentlich auch mal angesagt wird, dann ja. Aber ich sag mal, Radfahrer lassen sich ja von keinem Wetter abschrecken. Wir haben in der letzten Woche sogar bei Schneefall schon die ersten Radler gehabt, die durch Cottbus und den Spreewald gefahren sind. Und ich denke, das wird hier auch eine gute Ergänzung sein zu den Radler-Angeboten, die wir jetzt schon in der Region haben. Wie kam es denn zu dieser Idee, eine Ostsee-Radler-Pension, obwohl der noch weit in Ferne erstmal liegt, der Ostsee? Ich bin davon überzeugt, dass wir Visionen brauchen. Wir brauchen Visionen für Cottbus, für die Lausitz. Und aus diesen Visionen müssen natürlich dann auch konkrete Projekte folgen. Und da brauchen wir ein paar Macher. Und ich denke, dass ich in den letzten Jahrzehnten dazugehört habe. Und ich glaube, dass wir als Cottbuser eine riesen Chance haben, indem wir uns unseren See bauen, unseren Ostsee. Und da ringsherum ganz tolle, nachhaltige Tourismusangebote schaffen. Wie kam es bei dir zum Thema Fahrrad? Wir sind dich heute ein bisschen sportlich gekleidet. Bist du fahrradaffin? Fahrrad schon. Das ist mein Thema schon seit vor der Wende eigentlich. Und dann ist damals mein Junior-Rennfahrer geworden, hat es bis zur deutschen Meister-Ehren gebracht. Und ich war dem Radsport über den RSC und über den RKN-Sport jetzt über Jahrzehnte verbunden. War auch mal so ein Verrückter und habe in meinem Spitzenjahr 18.000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Also ja, das hat den positiven Effekt gehabt, dass ich da, so unter uns gesagt, schon mal 30 Kilo Gewicht verloren habe. Und dich jetzt auch angesprochen hat, hier wirklich eine Radlerpension mal aufzumachen, oder? Klar, auf den Radtourismus haben wir ja seit Jahren gesetzt. Und wir haben ja auch mit dem Radreisepartner Spreewald und Lausitz eine richtige professionelle Firma. Also wir sind Radreiseveranstalter und betreuen im Jahr auch so 3.000 bis 5.000 Radfahrer hier in der Lausitz. Und da ist so ein Angebot hier natürlich top. Und wir haben ja vor der Haustür drei, vier überregionale Radwege, die vorbeiführen. Und wenn du im Sommer hier guckst, sind tatsächlich jeden Tag hunderte Radfahrer auf dem Weg von Cottbus in den Spreewald, die hier durch Peitz fahren. Können wir kurz sagen, was ist denn jetzt hier alles wirklich entstanden? Also wo sind wir überhaupt? Also wir sind hier im preußisch-königlichen Hüttenwerk zu Peitz. Also das ist ein historisches Ambiente. Viele sind tatsächlich so überrascht, wenn sie hier auf den Hof kommen und sagen, boah, hätten wir gar nicht erwartet, was die Stadt Peitz so alles zu bieten hat. Also das ist ja tatsächlich, Peitz ist ja eine ganz großartige preußische Festungsstadt, damals mit Spandau und Küstrin in einem Atemzug genannt und hier als preußische Bastion entstanden. Und hier wurde ja mal versucht, Kanonenkugeln zu gießen. Es ist dann Kochgeschirr geworden, aber dieser Hochofen ist tatsächlich in Funktion. Und viele Touristen kommen hier rein und schauen sich um und ich denke mal, das ist vom Ambiente, von der Anlage her sehr sehenswert. Und die Wohnhäuser, die jetzt hier gerade rechts und links entstehen, das sind die ehemaligen Beamtenhäuser, die auch 200 Jahre alt sind. Und das Nebengelass, was hier so entstanden ist damals, das haben wir jetzt zur Pension umgebaut. Und hier haben wir 20 Betten für Radler und ein tolles Rathaus dazu gebaut, wo dann mit Elektroanschlüssen alles dabei ist. Und wir setzen aber nicht nur auf das Thema Zweirad, sondern auch vierrädrige Elektromobilität ist hier jetzt angesagt. Ich glaube, wir sind jetzt momentan das modernste Elektromobilitätszentrum im Landkreis Sprenaise. Wir haben gerade Tankstellen installiert hier auch für Tesla und andere Marken und hoffe, dass wir da auch noch zusätzlich moderne Menschen anziehen. Noch ein bisschen zum Prinzip. Wir sehen hier sozusagen hinter den Scheunentoren, kann man ja schon fast sagen, verbergen sich die Zimmer. In welchem Stil habt ihr die so eingerichtet? Na, die sollen natürlich radlergerecht sein. Also wer reinschaut, vielleicht könnt ihr mal einen Blick dann auch mit der Kamera reinwerfen. Also das Thema Fahrrad spiegelt sich wieder. Von der Lampe bis zum Bett haben wir da natürlich alles dem Thema untergeordnet. Dazu kommt natürlich in toller Komfort. Also gute Matratzen sind gefragt, ein schönes Bad, alles was der Radler möchte, schöne Aufenthaltsräume. Wir haben auch im hinteren Bereich dann eine historische Sauna, die wir gerade aufbereiten aus einem alten Schafstall. Es soll an nichts fehlen und dort der Ruheraum ist mit Ostseesand aufgefüllt. Ja, das ist perfekt. Also wir wollen schon, dass sich jeder Radfahrer hier wohlfühlt. Und hier draußen gibt es dann auch noch einen tollen Grillplatz, eine Liegewiese, sodass dann danach auch für Entspannung gesorgt ist. Und wer genug von zwei Rädern hat, der kann sich dann auch nochmal ins Paddelboot setzen, hier vorne dann den Hammergraben raufschippern bis nach Cottbus. Wer es nicht so weit will, vielleicht bis zur Mausmühle hoch. Also ich denke, das ist schon ein rundum gelungenes Angebot. Vielleicht noch kurz ins Empfangsgebäude, sage ich mal, geschaut, auch mit Sitzmöglichkeiten, Küche, glaube ich, so ein bisschen. Wie wird das verpflegungstechnisch aussehen? Ich meine, wir haben ja rechts auch direkt die Karpfenzucht. Ja, also erstmal haben wir ja mit Schillebold hier auch ein Restaurant gleich mit auf dem Hof. Wir bieten aber auch an hier Grillplatz. Wer sich selbst versorgen will, kann hier natürlich auch eine Grillparty feiern. Wir haben im Frühstücksraum auch die Möglichkeit, dass man sich abends da mit Gesellschaft spielen und kann toll Fernsehen gucken. Zu Fußball, wer immer, haben wir schon vorgesorgt, haben einen großen Flat an die Wand gehangen. Also ich denke, für alles ist gesorgt. Gutes Bier, guten Wein, Bio-Wein natürlich, alles da. Jetzt kann man sich ja nur noch einen super Frühling, super Sommer wünschen. Ja, das ist das, wo wir jetzt noch ein paar Gebete Richtung Himmel schicken müssen, aber da sind wir optimistisch. Nach so langem Winter muss auch ein schöner Frühling jetzt und ein Sommer kommen. Ab morgen dann. Ab morgen, machen wir ab morgen. Perfekt, ich danke dir. Viel Erfolg, du. Danke. Dankeschön.